Die Scanner der Alaris S2000-Serie – der neue Maßstab in puncto Komfort und Zeitersparnis für die Digitalisierung von Papierdokumenten. Fehleinzüge und erneute Scannen kosten Zeit. Die Vorbereitung von Dokumenten zum Scannen ist ebenfalls aufwendig. Die S2000-Serie rüttelt Ihre Dokumente, um die Einzugskante so auszurichten, dass Sie diese nicht manuell zurechtrücken müssen. Stattdessen können Sie sich auf einen erstklassigen Service für Ihre Kunden konzentrieren. Die Scanner der S2000-Serie – für Netzwerk oder USB – verwandeln Sie Datenchaos in Geschäftschancen.